Ich bin Marinette, ein ganz normales Mädchen mit einem ganz normalen Leben. Aber es gibt etwas, das niemand über mich weiß. Ich hab nämlich ein Geheimnis. Ich bin Ladybug, bringe dir Glück und hoffe fest, dass es gelingt. Bin Ladybug, es ist verrückt, wie weit uns die Kraft des Guten bringt. Ladybug!